. So sieht man gut da. Hier sieht man diese Jahrringlinge. Relativ klein. Man muss einfach von innen nach raus immer erzählen. Frustrierend. Vor allem bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Morgen um viertel von fünf Uhr. Mit 16 Polizisten. Das ist ja haarstreibend, wenn wir einen Sommer kommen. Mit 16 Polizisten. Und zwei habe ich vorher mein eigenes Haus aussen gehabt. Seien die beiden Kinder hier runter? Ja. Ich bin gerade 6 Uhr raus, da sind die vier Bömen nicht mehr gestanden. Es ist himmeltraurig, wenn man es so durchsetzen muss. Ja. 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 Ja.